Herzlich willkommen zu Modul 4 der musikdidaktischen Konzeptionen. In diesem Modul beschäftigen wir uns mit der auditiven Wahrnehmungserziehung und dem dazugehörenden Schulbuchprojekt der Sequenzen. Im Rahmen der Videos werden wir zunächst kurz auf die Rahmenbedingungen gegen Ende der 60er Jahre schauen, die die Entwicklung der Ideen der auditiven Wahrnehmungserziehung entscheidend mitgeprägt haben. Im nächsten Video werden die theoretischen Überlegungen der Konzeption vorgestellt. Danach geht es dann um das Schulbuch selbst und um die Frage nach Einfluss und Erfolg des Ansatzes. Sie werden schnell merken, dass zwischen den beiden Konzeptionen aus den letzten Modulen, der Orientierung am Kunstwerk und der didaktischen Interpretation und den hier vorgestellten Ideen und Überlegungen ein sehr großer Unterschied besteht. Rückblickend eindeutige Begründungszusammenhänge zu benennen, die für bestimmte Entwicklungen entscheidend waren, ist nicht möglich, denn in Wirklichkeit sind es doch immer komplexe Umstände, die dazu führen, dass sich Ideen zu einer bestimmten Zeit und unter bestimmten Bedingungen durchsetzen und verbreiten. Trotzdem ist es für das Verständnis gerade der auditiven Wahrnehmungserziehung wichtig, sich klarzumachen, aus welcher gesellschaftlichen Situation heraus die Autoren sie entwickelt haben.